Hallo und herzlich willkommen zur Boutique-Eröffnung der Schmuckmanufaktur Wellendorf hier in München. Begleiten Sie mich auf einen unterhaltsamen, informativen Abend durch die wunderschöne Welt des Schmucks in Wellendorf. Was erwartet die Gäste heute Abend hier? Es ist der Moment, wo zwei starke Marken aus Deutschlands Süden, nämlich München und Wellendorf, endlich zusammenkommen. In unserer Manufaktur wurde speziell ein München-Ring entworfen und der wird heute Abend das erste Mal gezeigt. Alle Leute, die wir eingeladen haben, sind gekommen und eigentlich ist es kein Fest mit Kunden, sondern es ist eigentlich ein Fest mit Freunden. Was macht denn den Schmuck von Wellendorf aus, Sie als Experte? Wellendorf ist eine Legende in der Zwischenzeit. Wellendorf ist seit vier Generationen der Inbegriff für Qualität, für Präzision, aber eben auch für das, was ein Schmuckstück auszeichnen sollte, nämlich feminine Eleganz, dieses Zarte, dieses Weiche, das, was letztendlich getragen auf der Haut am besten aussieht, sich gut anfühlt, das ist Wellendorf. Und die Kombination mit Farbe, mit guten Designs und nicht zuletzt mit dem Wissen, dass es eine ganze Familie ist, die dahinter steht, das macht für viele Kunden in Wellendorf zum schönsten Schmuck der Welt. Ich kenne die Familie seit über 20 Jahren. Ich habe den Eindruck immer gehabt, dass die Herzlichkeit, die Power und die Professionalität in der Familie offensichtlich genetisch weitergegeben wird. Ich finde, dass Wellendorf eine ganz besondere Schmuckfirma ist. Alles kommt aus Deutschland. Das ist große Handwerkskunst und das ist Emotionalität und das ist Tradition. Und ich finde, dass das in München einen guten Platz hat. Ich finde einfach, dass Wellendorf wunderbar nach München passt. Also München ist die Stadt, wo man so viel Schönheit und Genuss findet. Und genau das ist das, was Wellendorf ja auch verkörpert. München, muss ich sagen, ist ganz, ganz wichtig, weil ich bin schon als Kind mit meinen Eltern nach München gekommen. Ich kenne hier sehr viel. Ich kenne die ganzen Gaststätten und weiß, wie man weiß, was der richtig ist. Und also München ist für mich ein absolutes Highlight. Also ich finde das Schöne, dass der Schmuck sowohl sehr, also der macht was her, der ist wirklich glamorous und trotzdem ist er auch absolut alltagstauglich. Also man kann all diese Dinge auch wunderbar so ganz lässig mit dem T-Shirt und im Alltag tragen und so diese Kombination von beidem. Also Privat und Glamour, das finde ich schön. Wie beschreiben Ihre Kundinnen denn das Gefühl auf der Haut? Also es ist interessant, weil wir einen Kunden hatten und er hat mir die Geschichte erzählt, er hat gesagt, Wellendorf ist der einzige Schmuck, den man mit verbundenen Augen erkennen kann. Wellendorf-Kundin beschreibt immer das Gefühl als Wellness am Finger. Und das macht uns natürlich stolz und freut uns sehr.